Herzlich Willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute Craft The World. Oh, wir haben kein Portal mehr. Scheiße, hier habt ihr eins. Hier sind viele Viecher, warum auch immer. Ich will das Vieh hier, weil, ja, das grabt mir alles um hier sonst. So eine Made. Wo seid ihr denn hier schon wieder? Was macht ihr schon wieder für einen Scheiß, ey? Ja, ich habe wirklich die intelligentesten Zwerge überhaupt. Definitiv. Oh, endlich geht was weiter hier. So, ihr könnt auch zu Fuß raufklettern. Habt ihr nicht verdient, diese Leute. Ach, nicht graben. Mach das zu hier. Weißt du was, Zwerg? Geh weg da. Geh einfach nur weg da. Steht blöd rum da und behindert meine Arbeit. So, hopp jetzt. Zumachen hier. Dalle jetzt. Ihr habt ja ein Portal zum zehnten Mal für einen Erdklumpen. Auf zu knurren und macht es zu, ihr Zwerg. So, geht da. Wollen wir nicht gleich so. Na, endlich geht was weiter. Ist mir egal, ob du runterfliegst. Mach das zu, ihr. So, na, geht da. Hier noch ein Erdklumpen hin. Hier noch ein Erdklumpen hin. Beziehungsweise hier brauchen wir gar keinen Erdklumpen. Dann können wir uns nach oben graben und diese Made hier kaputt machen. Gebt man denen auch ein Portal vor die Nase hier. Ja, das Viech hält viel aus, aber das kriegt jetzt einfach aufs Maul und dann passt es. Haben die schon wieder nichts zu essen? Ich habe denen nur gerade Tannenzapfen gegeben. Die haben schon wieder alles aufgefressen, so verfressene Bande. Zack, 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 zack. Und Futter gibt's. Wie viel Bequemlichkeit haben wir? 67, war schon mal mehr. Aber okay. So, und jetzt wird hier abgefarmt, Leute. Das werden wir jetzt hier schön abfarmen. Ein bisschen schneller könnt ihr hier schon arbeiten. Aber es haut hin. Angelektron. Angelektron. Jetzt fliegen die mal runter hier. So ersetze Eisen, ihr braucht ein Portal gell, hier bitteschön Ah hier ist auch so ne blöde Made. So jetzt gibt's auf die Fresse für das Vieh. Da unten ist noch eins. Wie viele sind hier noch? Hier sind überall diese Maden. Aber kriegt man auch hoffentlich was von denen. Wird schon wertvoll sein, weil die sind jetzt, ja zu wenige sind sie auch nicht. Ich geb denen wieder ein neues Portal. Schnecke könnt ihr platt machen. Haben wir einen schönen Tunnel hier gegraben. So auf wieder zumachen hier Leute. Zack, zack. Manchmal sind die Zwerge dumm, manchmal sind sie sogar intelligent. Es ist wirklich schwer mit denen. So da oben gibt es nichts mehr. Das heißt wir farmen da unten wieder weiter. Und wir haben ein Müllereibuch. Dann holen wir uns den Sand hier. Ah ihr habt wieder kein Portal. Alles klar, hier. Gratis Portal. Jetzt machen wir uns einen schönen Tunnel hier. Da können die dann graben was sie wollen. Das ist mir egal. So hoffentlich machen die das gescheit, dass sie sie nie wieder einsperren wie das letzte Mal. Sieht nicht schlecht aus ausnahmsweise mal. Ah ihr habt kein Portal wieder. Alles klar. So dann werden wir hier nur mal abfarmen und dann passt es. Haben wir einen schönen Tunnel hier übrigens. Gehen wir mal Wasser einsammeln. Das Viechtal erledigen. Wie ist es? 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 Untertitel. Anfalt. So, dann graben wir hier nach unten, sammeln wir das nur ein. Hier sind Diamanten oder sowas. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Diamanten kann man immer brauchen. Blauer Diamant. Mir egal welche Farbe ist es ein Diamant. Ihr braucht wieder ein Portal, gell? Hier habt ihr eins. Noch so ein Vieh hier. Hier ist ein riesen Tunnel, aber gut den lassen wir mal. So, das Viech haben wir. Einmal hier nur ein bisschen abräumen und dann passt es. Es gibt ja einiges zum abräumen hier. Lassen wir die Höhle, ist eigentlich egal. Die Edelsteine ein bisschen abarbeiten. Die brauchen schon wieder ein Portal. Die sind sehr portal hungrig. So, gleich kommt wieder die nächste Monsterwelle. Ich muss jetzt mal schauen im Tech Free, wann kriegen wir endlich die Tesla Spule. Ich gucke mal vor. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich sehe sie hier nirgends. Die ist sehr weit hinten. Hier gibt es Tränke, die ersten Rüstungen. Eine Eisentür wäre überhaupt nicht schlecht. Ich sehe noch immer keine Tesla. Ist die ganz hinten oder was? Muss ich übersehen haben. Irgendwo muss sie ja sein. Eine Eisentür wäre auch mal was Feines. Aber das wird noch lange dauern. Hier ist sie auch noch nicht. Eine Eisenfalle. Fangeisen. Okay. Keine, was ist das da? Minenlampe. Das hört sich so spannend an. Aber ich sehe keine Tesla Spule. Gibt es die überhaupt nicht mehr? Mühle, Weizenkorn. Hm. Ja, wir müssen wieder mal ein bisschen in der Forschung vorankommen. Das heißt, wir sollten ein bisschen was tun. Ich werde das jetzt hier abbernten und dann war es das mit den Ernten. Das Vieh hier müssen wir noch platt machen. Hier ist eh schon wieder so ein riesen Tunnel. Bevor man das hier alles kaputt macht. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi. Let's Play. Tschüss.